Oh mein Gott! Hol uns hier raus! Okay, Boys, wenn ihr wollt, gehen wir einsteigen. Wie denn? Wenn ihr hier lang kriegt. Müsst nicht bearschen. Boah, ein Sedan. Da nicht rein, bitte, du könntest umfallen direkt. Oh, okay, aber das ist ne Batterie. Tod. Guck mal, ich hab ne Batterie, wir haben jetzt noch ne Sparkplug. Nein, die Sparkplug lag in Cerno. Ich hab sie nicht mitgenommen. Sparkplug ist, das ist das normal zu ne Kerze. Ja. Oh, das wär zu perfekt, Mann. Da ist ja ne Batterie und ne Sparkplug. Nein, das ist nur so ein Licht. Was ist das? Nur ein Licht. Ne, da ist doch beides drin. Da fehlt nur ein Rad. Ne, komm, wir fahren jetzt. Wir fahren... Los, Boys! Nee, wir fahren jetzt. Warte mal, da drin waren noch zwei Räder. Warte mal. What? Ich weiß nicht, ob das Sedanrad dabei war. Bitte! Lass uns doch einmal Glück haben in diesem Schatzleben. What? Echt? Mal hoffen, dass es angeht, okay? Ich kann mich ducken, wenn einer schießt. Was? Jawoll. Oh ne, wenn er jetzt fährt, dann... Oh, Jo! Das meinst denn da ein Auto? Das sieht aus wie altes Life gerade. Achso. Das ist ja Gras im Auto. Achso. Die Reifen sind kaputt. Ja, da haben wir ja zum Glück. Da lag ein Kid drin, ne? Mhm. Oh, da rennt ihr mit übers... Was? Oh fuck. Oh fuck, da ist ein Spieler vorne. Soll ich drin bleiben? Ich hock im Auto, mach nix. Ich stell dich tot. Ich ignoriere den einfach. Ich nehm einfach mal ne Verfahren. Ignorieren. Der kommt her. Lass mich aufsteigen, lass mich aufsteigen, lass mich aufsteigen. Was macht der? Hallo, mein Freund. Hallo. Habt ihr Englisch oder Englisch? Okay, boi. Hallo, boi. Boi. Hallo. Goofy, boi. Wo kommst du? Hallo, boi. Hallo. Wie die Sonne halt durchs Dach scheint, ne? Ja, guck mal auf den Boden. Ah ne, sieht man es gar nicht, okay. Wir parken hier, wir müssen einfach schnell machen, okay? Okay. Bei Balot hatten wir... Anders weit mit zu den Herren. Bei Balot hatten wir ne Wiese im Auto. Nein, nicht get in! Oh, du Faggot. Oh, ich schließe noch die Tür, Alter. Was ist los mit ihm? So. Soll ich die Sparkplug mitnehmen? Einer muss die mitnehmen, auf jeden Fall, ja. Du kannst die Batterie mitnehmen, dann will ich die Sparkplug mitnehmen. Ja, gut. Übertreiben müssen sie es nicht, ne? Ich hab halt keinen Platz für ne Batterie noch. Ist vier Plätze. Guck mal, search for wooden sticks. Ich schließe es aus, als würde ich was in der Motorhaube machen. Oh, cool, Alter. Dabei such ich noch wooden sticks. Warte mal, machst du das nochmal? Warte mal, ich geh hier rüber, dann sieht man gar nicht, dass du nur blöde Luft rumdringst. So. Boah, das ist... Das sieht ja richtig geil aus, Alter. Das müsst ihr jetzt auch machen, ich will nen Screenshot davon. Ey, mehr jetzt, Alter, es kommt jetzt Intro. Warte. Warte mal, wo ist denn die Option? Oh, hier. Warte mal. Alter, wie cool, bitte. Das sieht echt geil aus. Wow. Ich will nochmal kurz... Soll ich nochmal? Mach nochmal, bitte. I feel like having a drink shirt ein bisschen, aber sonst ist das gut. Kannst ja ausschneiden. So, warte. Mach nochmal. Das ist wie die Geier, Alter. Unglaublich. Alter, wie geil das einfach aussieht. Ich lauf dir mal hinterher, Luzi. Dann loot mir die obere Baraka, okay? Hm? Toll. Obwohl, warum jetzt alle erst die innere Baraka... Wir können doch erst die innere looten. Ja komm, lass erst mal die innere Looten, Mann. Dann haben wir wahrscheinlich nen Zombie pullen. Ja, macht nix. Ich lenke sie ab. Also diese grünen Hütten... Äh, ich auch mal kurz. Hier ist einer, hier bütet einer. Hier ist ein Spieler. Der hat aber nix. Der hat aber nix. Can, can, can we help you? Dude, in detail, mein Freund. Ich hab Vandage, come on. Alter, wie viele Zombies das sind. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Run. Run, mein Freund. Der will einfach über die Mauer springen, wie das nix mehr bringt, dass man die dickste macht. Dude, du brauchst die Rack? Ich helfe dir. Warte, 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 warte. Ich bandit dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Run, 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 run. Oh fuck. Ich kann halt nur die, ich, ich kann die Scorpion nur chamberen. Lauft! Zombie, ihr Apokalypse hier, oder was? Ich hab verschossen. Oh Gott. Ich hab verschossen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich band das jeden Mal. Geht aber in irgendein Gebäude rein. Oder? Hab schon, hab schon. Ach da, okay. Okay, nein. Okay, ich zieh mal die Axt. Guck mal, ich schieße in den Rücken. Ja, ja. Okay, ich hab einen Distant. Kannst du finishen, jawohl. Das wird's cool. Ich kann die, ich kann die mit einem Schuss zurückfedern und dann kannst du ihn finishen. Oh, wenn ich dann würde. Yeah. Oh, das sind die Brüder, Alter. Die sehen alle gleich aus. Alter. Alter. Euch. Ach, die liegt in diese Stroh doof. Einer down, einer down, nice. Boys, ich hätte hier ein Magazin für die Rücken. Ach, wir haben grad zu tun, Alter. Nice, nice. Ja, einer muss noch. Ah. Nice. Da krieg ich noch was. Da krieg ich noch was, Rico. Warum wir Walking Dead siebte Staffel gucken? Finish. Ach, das war der Kriecher. Oh. Okay. Wo ist denn jetzt unser Freund hier hin? Das war echt spannend grade, find ich. Jetzt hat er was. Wunsch was? Ich hab ihn managiert und ist er wahrscheinlich weitergezogen. Und dankbares Pack. Na egal. Ich hoffe, er weiß es zu schätzen. Da ist noch ein Zombie rechts. Du wirst dich schießen an und du finishen, oder? Wo siehst du ihn? Ach, da. Ist er da? Okay. Das ist super cool, die Taktik derzeit. Das ist echt geil. Wir müssen halt nur beide treffen, damit es geht. Ja, stimmt. Ist gar nicht mal so einfach in der Ego. Ohne Scheiß mit der Axt jetzt. Ach, stimmt. Ich hab' ein Zelt. Ich hab' ein Zelt. Ich hab' ein Zelt. Was hattest du gemeint, Tim? Was für ein Mech? Für die Ruck. Ah, wir haben Skorpion. Komm mal mit Rico. Ich zeig' dir mal die Hütte. Ich zeig' dir mal die Hütte. Ich möchte die Hütte auch sehen. Ich bin in der Baracke. Das ist nämlich die da. Was? Ihr spawnt ernsthaft so'n Ding? Ja, ihr spawnt immer random machen. Was ist da noch? Eine AK? Die hab' ich da hingedrofft. Siehste? Siehste, Mann. Bam in your face, Alter. Geil, die AK nehm' ich erst mal vorweg. Ey. Hä? Ist das mein Tipp? Ist das mein Tipp, ihr Fack-ins, Alter? Das ist mega nice, ohne Spaß. So. Ach, das war die Vintors, genau. Nicht die SVD. Ups. Ey, das ist der einzige Spawnpunkt, wie die spawnt. Dieses Update. Das ist ja krass. Spawn... Ist jemand von euch in der Baracke grad? Ja, ne? Ja, 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 ja. Okay. Äh... Es überlegt mir das... Gerade, ob ich das drin lasse. Naja, egal. Seh' ich dann. Im Rangefinder. Wo bist du denn da? Ähm... Okay, drin ist nix. Bitte? Jetzt weiß ich nicht, was Baracken-technisch schon gelootet wurde, weiß ich jetzt nicht. Seid ihr runtergelaufen? Ich lauf grad wieder in den Kern von der Base, an dem Krankenhaus vorbei. Und würde dann hinten rauslaufen Richtung... Dings, Bums. Seleno. Richtung Seleno, ja. Sag mal rüber ins Dorf, ne? Mhm. Ist es auf der Hauptstraße wieder? Ah, ich sie es. Das ist der Typ von vorhin, ja. Ah, okay. Ich geh mal zum Brunnen, ich hoffe, der macht mir nix. Ne, 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 ne. Der macht mir echt nix. Den wollten wir vorher überfahren. Und einmal gerettet, come on. Ja, ja. Echt mal. Hat jemand schon Flinten-Munition? Schön wär's. Nein, weiß ich, ne. Glock-Mink? Ne, aber ich hab ein bisschen Munition für die Glock. Okay. Weil der vielleicht... Die kann ja jemand dann von euch nehmen, wenigstens gechambert, um irgendwas zu haben. Ja. Ich hab auch noch keine Waffe, nur als ne Vintress ohne Munition. Mhm. Bei dem Typen, der liebt das Gesicht bei mir nicht. Hat einen komplett schwarzen Kopf. Heh. Bei dir auch, Leute. Du bist das Phantom. Das ist wegen der Mütze, oder? Nice, thank you. Thank you. Was hat denn der... Ernsthaft? 60er-M4-M4-M4 gedrobt. Mit 25 Schuss dran. Das kommt halt gut, wenn man den Leuten hilft, ne? Ja. Das ist das Dankeschön. Das Dankeschön... Guck mal, das müsste ich dir eigentlich geben, weil Luzi hat ihn ja bandagiert. Wenn wir eine M4 finden, kriegt Luzi die mit dem Mac. Ah. Ah. Oder... Dings. Doch, ich. Oh geil. Okay, ja, auch so geil. Sag ich auch nicht nein, ne? Okay. 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 Können die so ein bisschen uns eigentlich schlagen in dem Auto? Oder sind wir jetzt safe? Ne, wir sind safe. Okay. Kann man so ein bisschen überfahren, oder geht das auch nicht? Ja, nur bleiben die Autos meistens hängen. Ah. Okay. Schnell aussteigen. Mach... Ja. Oh Gott! Ich wollte aufs Auto gesprungen. Okay, wir können direkt weiter. Ich hab die Spartan weg. Komm her, komm her, komm her. Okay. Wieder zum Auto. Ihr habt schon alles gelootet, beide? Okay. Ich hab gar nichts gelootet. Ich bin nur im Kreis gelaufen. Wegen den Viechern. Ah, du hast die Bracken gelootet, ne Tim? Alle? Ja, ja. Ja, ja. Alle durch. Da lag keine Waffe rum? Ne, ne. Das war echt nur. Nur M65 und USMC. Okay. Und ein M4 Magazin. Zehn Schuss Magazin. Oh, ich hab glaub meine Achse verloren. Oh. Der hat das Messer ausgerüstet aufm Rücken. Scheisse, naja. Ouh lol. Was war das denn? Ich hab den Zombie erschossen auf dem Autodach. So macht der mich die Tür zu. Boah, der eine, der eine liegt da drin. Alter, der eine liegt da drin. Boah. Pass auf, da kommen die Viecher. Pass auf. Warte mal, ich hab nicht mehr was damit zu wehren. Ich schieß den halt an am Kopf. Ich schieß den halt an am Kopf. Ach du Scheiße, der drisch voll auf die Karre ein, der Zombie ist mega sauer jetzt. Hinter dir noch einer? Ich muss nachlaufen. Fuck, fuck, fuck. Mann, das sind ein paar viele. Ich hab halt nix zum... Mann, ich hab nur ein Messer, ey. Da ist noch einer, ne? Oh Leute, wir haben... Alter, wir haben so eine Arschkarte gerade. Mega aufdringlich gerade. Scheiße, wir passen den Schluss genau. Geh mal hinterm Auto weg, okay? Ja. Oh mein Gott, hol uns hier raus! Okay Boys, wenn ihr wollt, könnt ihr einsteigen. Wie denn? Willst du nicht verarschen? Fahrst du hoch, Richtung Kirche? Okay, okay, ich fahr erstmal weg. Scheiße, ich wute, Mann. Shit, ich wute. Du kannst dich gleich mal interessieren, kein Problem. Mein Gott, ey. Wie das aussieht. Wir treffen uns an der Tankstelle, okay? Entfängt die Straße entlang. Ja, okay. Ich sah, was ich sagte. Oh shit, Zombies kommen, Boys. Steigt ein, steigt ein. Was? Ernsthaft? Ja, einsteigen. Das ist ja krass, ey. Komm rein, komm rein, komm rein. Close die fucking door. Und, oh shit, Mann. Dann geht's nicht unsere Türsüge noch offen. Oh mein Gott, ey. Puh. Nun gut. Dann mal auch zum Auto. Ja. Oh, Schüsse. Von wo? Auf mich. AK. Von Eingang, sorry. Shit, ich hab noch einen Hit. Ah, ich bin down. Nein. Das waren zwei Typen, AK. Schall gedämpft. Einen sehe ich bei der weißen Scheune. Bist du da? Nee. Ich bin an der weißen Scheune gestorben. Ja, einer ist da. Hm. Ja, toll. Weißen Scheune. Hm, da war der bei dem, bei den großen roten Hallen-Dings. Ah, okay. Moment, das Problem ist jetzt, dass ich die Spark-Blöck dabei hatte. Bist du zwischen den Heubeinen gestorben? Ja, ja, genau da. Hm, da ist ein Spieler. Ich weiß nicht, ich hab nur einen Schuss, ne? Ich hab halt eine Chance bloß. Also, das ist ein Starry-Eingang. Zwei Spieler, ja? Starry-Eingang Richtung, Richtung Nobi. Achso, okay. Ich hab mal angeschossen, aber ich hab nur einen Schuss. Oh Gott. Der hat mich. Nee. Er hatte ich's? Ja. Oh, shit, man. Luzi? Ja, ich hab nichts zu schießen. Versuch, an meine Leiche zu kommen. Nimm die Spark-Blöck im Rucksack und fahr weg. Jo, wahrscheinlich. Oh, wir können uns ja nicht mal gegen die Zombies wehren. Oh, fuck, stimmt. Habe ich eine Axt? Ich hab eine Axt. Ah, das ist eine Waffe, oder? Ich hab ein Messer. Oh, okay. Das sind schon Zombies, ne? Oh, links unten. Nee, doch, das ist ein Spiel. Links unten, hat eine Waffe. Ziel doch irgendwas. Oh, da hat er uns gesehen. Ach, da. Nee, hat er nicht. Die müssen wir mit Axt und Messer überraschen. Boys, ich geh da jetzt rein und loot mir eine Waffe und hol ihn weg. Alles klar. Ich auch. Ich auch. Der ist links in der Hand. Der ist ganz ganz links, ne? Wir müssen jetzt so schnell looten, wie es geht, okay? Wach, schnell, Alter. Oh, shit, Mann. Oh, Gott, ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot. Oh, mein Gott, was ist das? Oh, fuck. AK-101. Oh, Shotgun, Shotgun, ich hab Munition für. AK-101, Meg, ich hab eine AK-101. Oh, shit. Ich hab eine AK-Meg, loot sie. Sieben Schuss. Wo bist du? Komm zurück, komm zurück. Nachbar-Zelt, Nachbar-Zelt, ich hab keinen Platz. Errico, du hast eine Impf-Impf-Impfweise, ne? Ja, 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 das bin ich hier. Oh. Er hat geschossen. Von draußen, außen, direkt von außen. Ey, ich muss... Ich kann da beziehen. Shit, Shotgun. Ich kann durch das Netzen schießen. Ne, geht nicht. Oh, Sniper, Sniper. Ist in der Marsch, Alter. Ne, es war nie, es war nie. Nein, das ist ein Mosin. Ich bin das. Der ist jetzt... Du lässt es doch zuschießen. Oh, shit, nein, das ist ein Winchester, Steph. Boah, ist so unkommenehm. Ist das jetzt nicht von uns irgendwo? Oh, das ist ein Typ. Ja, hinter dem Dings. Sehen. Wer hat einen Helm? Der läuft weiter nach oben. Ich bin tot. Oh, nein. Ich bin unkann Schiss. Ihr könnt eine Arc-101 looten mit ein paar Schuss. Scheiße, Rippo. Ich bin tot. Ich hab doch eigentlich noch gefragt, wer... Du hast mich umgehauen. Ja. What? Sorry, boy. Weißer Respirator, ne? Ich war hinter dir, darum. Also, wir machen uns gerade hier. Ich bin tot wie am liebsten. Und wir machen uns. Wollt Jeremy. Vielen Dank.